hallo und willkommen zu meinem let's play last chaos usa ja ich fange jetzt an let's plays zu machen von usa wie ihr seht habe ich hier schon einige items drauf gehabt von meinem vorigen account ja und dann fangen wir mal an zu farmen ja ich habe schon rüstung plus 15 also plus 14 cover habe ich schon hier drin also geht es dann richtig los mit waffe habe ich auch schon also zweimal so schmuck anlegen dann legen wir mal los so und nebenbei erzähle ich euch dann noch was also so ein bisschen was also da ich jetzt dieses lp mache über lc usa versuche ich natürlich ein together hinzukriegen kommt daran wer lust hat auf dem together da ein freund von mir lieber gear spielt statt usa und ich finde usa ist vom prinzip her besser alt er muss ich nur mal so sagen ja scheiße falscher skill ja okay aber naja muss er wissen deswegen suche ich noch wehen der sich hier vielleicht so mit ja mit ja mit ja mit der nus account hat und darauf lust hat mit mir in together machen will ja will ich werde jeden tag versuchen ein video hochzuladen und der partner der da mitmachen will sollte auch ein aufnahmeprogramm haben wenn ich schicke ich ihnen meins mal schauen oder einfach camtasia oder bandicam oder sowas und irgendein videoprogramm womit er es auch hochladen kann aus seinem youtube channel dass man es aus meiner sicht und aus seiner sicht sieht oder ihrer sicht wenn es jetzt ein weiblicher ja sein sollte man geht ja nicht immer aus dass man mehr spielen ja also als playlist lasse ich in hintergrund das neue album von blaze und dann hier laufen denkmal was 2012 reinkam rauskam reinkam nicht rauskam ja ja und wie ihr seht geht das hier mit form so richtig ab ey das macht mal wieder richtig spaß auf us jungen 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 machen wir mal ein bisschen schneller hier also kann ja nicht angehen dass man hier so lange lang gott für die scheiße also im weiteren verlauf werde ich hier auch die farmparts vor also in 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 naja slow motion kann es nicht sagen also verspeeden also schneller machen dass sie ja nicht die ganze zeit ihr das farm seht dass das ja relativ weil das ja relativ langweilig ist und ja ich weiß nicht ob ich dann musik rein machen soll oder nach synchronisieren soll aber ich denke mal ich werde das nur mit musik machen und oder ich lasse die farmparts komplett weg und fange dann gleich an wenn ich ausgefarmt habe so ich stelle mir so vor 5 6 kfp werde ich schon fahren ähm ja und danach schauen wir mal dieses video ist jetzt bloß so ein informationsvideo dass ich jetzt auch lps machen werde und ja alleine ist zwar immer jetzt am anfang langweilig und macht wenig spaß weil du hast keinen anderen partner der mit dir reden kann und so du kommst darauf kaum irgendwelche ideen alleine wie ihr gerade sie seht dass ich irgendwelche scheiße labere aber naja okay scheiße kannst du nicht sagen ja und ja halt ja wie ihr seht macht das hier natürlich so richtig spaß zu farmen wir haben schon boah 340 fp es geht ab leute ich sag's euch e also mit level ähm sasquatch müssten zwölf sein dann gehen wir mit level 8 zu sasquatch farm da also zu ende und ja dann schauen wir mal weiter ne wie ich so weitergehen sollte ähm Entschuldigung ja ähm puh ist nicht leichtes irgendein thema naja ich erzähle einfach mal wahllos rum über fragen beantworten na ok na scheiße das ist dreckig naja so ich weiß noch nicht ob ich es auf einen anderen channel hochladen werde also die let's plays aber ne ich glaube ich lasse die auf den channel dann weil ähm das den kennt ihr ja schon und da ist auch schon ein bisschen ein bisschen ganz minimal super mega super super minimal bekannt mit seinen läppigen 100 126 abonnenten glaube ich und 42.000 video aufrufen und was weiß ich wie wenig kanal aufrufe was mir aber auch naja ich mache die videos ja zum spaß und da ist mir das egal wie ihr die videos findet von daher ja ja ich sag ja immer wer sie nicht gucken will muss sie nicht gucken ihr könnt auch disliken von mir aus ihr könnt auch dieses video hier disliken das könnt ihr natürlich auch machen das ist natürlich könnt ihr natürlich auch ja aber wäre halt schade wenn ihr euch das kaum anguckt und dann disliked weil es wäre schon schön cool schön schön cool es wäre schon cool wenn man hier so ein EP starten würde mit mit zwei drei mann oder so wo dann alle zusammen später irgendeine gequälte scheiße labern ja genau gequälte scheiße und ja das würde mir dann denke ich mal ok ich glaube der ist tot mystery erinnert mich an lascarus mystery oh naja ok anderes thema wollen wir mal ärgern hehe ok ok spaß beiseite ja jetzt sind wir schon bei jaguar die geben oh 5000 skill experience oh oh und schon 59 FP das ist doch ach geil so dann machen wir haben wir überhaupt schon einen meister gewählt ich glaube nicht dann machen wir das mal schnell confirm so guardian ist oh machen wir es so so ähm cool schon haben wir einen oh den sein FL war voll spaß find ich gar nicht nett von ihm so weil wir brauchen doch noch eine sperre eigentlich ja sinnvoll eigentlich ja ähm da werden wir wohl gleich mal eine gede suchen gehen ähm mit level 10 können wir auch schon in diesen word chat schreiben halt so server chat glaube ich ist das und ja ähm schreiben wir einfach mal ja und dann denke ich mal vielleicht äh ich weiß es nicht ach ja und wegen dem server ich spiele auf tarien 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 genau nicht tarien ha tarien ja und ähm ähm der name den müsstet ihr ja eigentlich schon kennen ist doch jetzt nicht der beste aber naja ich wollte nicht immer den selben namen nehmen wie der prophet oder x i mr ice i x der ist natürlich voll immer chillig junge da kriegst du übel abgang bei wenn du den hörst nein spaß kriegst du nicht ja aber das ist immer langweilig den selben namen zu nehmen deswegen habe ich mich jetzt mal für diesen entschieden wie ich auf den namen gekommen bin falls das sich ein paar fragen ich hab den von irgendein irgendein spiel gelesen da war bei also von und ce war da irgendwie der hersteller wie das hieß und deswegen habe ich den anfangs die an zwei anfangs buchstaben von dem hersteller genommen und das bei halt so kombiniert und da ist dann auch unsere fremden entstanden und das x das habe ich selbst dahin geschrieben natürlich bei fand ich schon irgendwie cool wenn du so süß ähm so jetzt hören wir erstmal ähm strengen wir uns mal an schnell damit ihr nicht so lange warten müsst ähm 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 gucken wir mal ob hier irgendwer da ist der sieht afk aus der hat keine gilde ähm pixel aus vendetta der hat auch keine gilde ähm dann schreien wir einfach ach das kann man auch erst mit level 10 scheiße schreien wir einfach mal so klingt so ein bisschen schwul aber naja ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht ich hoffe mal es meldet sich schnell her weil es wäre schön jetzt show skyd aber naja so wie es scheint ist hier wohl ähm ja kaum wer da ach das ist doch ach das ist doch ach das ist doch puh okay wir finden hier ist einer dark ja ne ich dachte den kenne ich ne ähm sind mit ich ich stoppe die aufnahmen mal kurz und suche erstmal schnell ne gilde bis gleich so und da bin ich wieder so ich habe ja jetzt 100 kk weniger und ich habe ne gilde gefunden ja 100 kk habe ich für diese decks ausgegeben und ja plus 14 400 kk fand ich recht billig und da ich noch ein paar raffis habe haben wir die eine zeitlang plus 15 muss ich ehrlich sagen so da wir jetzt level 8 sind und ja die gilde ist auch recht korrekt oh was machten die hier okay okay hat wohl einer mit dem buch gerufen gehe ich mal von aus aber das sollte uns nicht weiter stören wir hauen jetzt in ruhe Sasquatch ja wieviel fp oh 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 die geben ja oh das ist ja mal schick mehr als auf gern muss ich sagen oh 3 fp das ist geil das haut ordentlich rein oh 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 knister knister ne so macht doch farm spaß meint er nicht auch wollen wir igne 2 und dann reinhauen oder warten na wofür eigentlich warten ne wir haben noch skill zauber drinnen also hauen wir es rein und naja geht doch schon ein bisschen schneller aber nur ein bisschen nicht wirklich viel mehr so und weiter geht's naja jetzt das ist wirklich viel fp und ich habe ja auch schon einen deutschen spieler gefunden obwohl es eine englische gede ist aber ich finde es eigentlich ja ich sogar nicht ach das war eine elite mob achso oh ok ja gut der hat wieder 3 fp gegeben oh scheiß mob klaue hier ey wir müssen aufpassen so und wir sind schon level 9 oh das geht wirklich schnell hier leider jetzt 29 fp aber danach können wir ja auch noch zu den dingern dahinten gehen zu ähm drehens die geben ja auch noch mal so viel und noch ähm die drakes dinger da die 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 ähm die 29er müssen auch noch mal so viel geben und dann gibt es noch ein quest der 100 fp gibt mit diesem hier dann also mit das geld zauber denke ich mal dann ähm scheiße scheiße wir kommen ja weg so können wir es nicht machen das ist dreckig das ist scheiße gelaufen ok damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet dass das so ein ah kacke ich hab's probiert es reicht mir zu wissen es war da und hab euch fasziniert irgendwie passt sich einfach in das ganze Bild nicht rein alkohol und grad dir ist nicht das was mir mein Wille zeigt ich merke immer wieder dass ich nichts mit euch gemeinsam hab bin ich etwa uncool wenn ich keine markenkleidung trage ich hab meine eigene hat dann krass du klemmer kein bedarf und ich sag dir scheiß auf alle wenn du mich um meinung fragst wenn du was erreichen willst dann werd ich nicht mehr vorne zeigen so ich hoffe mal der kommt jetzt so und macht ihn tot halt klingt so ein bisschen schwer aber ja macht ihn tot weil ähm finde ich nicht schön dass der uns jetzt gekillt hat weil ey da macht die olle ey na das regt doch schon wieder auf hier so nicht wieder also das finde ich schon mal nicht mehr schön also das muss nur wirklich nicht sein dass die ja Map Klau machen müssen also weil das verstehe ich sowieso nicht also ne ach du Gott der Farmteam nicht viele fällt mir auf naja ok das ist ja auch eine gute Farmstelle müsste da oben nicht eigentlich ich bin da mal überlegen ob wir da hingehen da ist ja auch ein Spot von Sasquatch aber da ist ja eine Quest nicht den du hier mit Level 12 kriegst und der ist schon oh das ist eine Elite-Guardel ich schau mal kurz bei dem Platz vorbei der ähm der gut ist ich denk mal dass der gut ist der war auf Mystery ne nicht auf Mystery auch doch Mystery Mystery war der eigentlich recht voll mit Sasquatch aber oh Limit auf Level 5 Juveenbox 50% naja das ist doch schon mal was aber ich werde hier denke ich mal nicht mit Cash spielen und wir haben schon nach 137 FP lässt sich doch sehen also hier haben wir Dings Goddai Sasquatch ähm hier haben wir einen Hore okay also ich war der Meinung dass es hier auch ein paar Sasquatch gibt aber wenn hier bloß eins ist dann ist das aber wieso steht denn hier ein Sasquatch das ist doch das ist doch irgendwie sinnlos mhm Dreck okay da müssen wir da doch hingehen leider naja oh schon gar kein Futter mehr oh ups nicht gut ja okay dann werden wir wohl bald abbauen gehen für Pet oh damit hab ich jetzt natürlich nicht gerechnet ja ja okay dann war es das erstmal mit der Ansage von mir dass ich jetzt die Let's Plays mache und ich würde mich freuen wenn sich irgendwer für begeistern würde für ein Let's Play Together und ja hiermit beende ich jetzt erstmal die Aufnahmen ich werde natürlich noch weiter farm damit ihr den meisten Teil nicht seht also den langweiligen Teil sagen wir es so der Farm ist ja schon recht langweilig und ja wir sehen uns bis zum nächsten Mal ja und damit verabschiede ich mich aus diesem Let's Play und wir sehen uns dann auf Wiedersehen euer Mr.. Alter Ich Kedi Euer Mr. Ice Ciao